Die steht am Start, und jetzt noch am Handel, ist der achte Punkt Schöneforscher rausgefahren, der in der 2. Kapitel 4, Herr Robbins 40, und Marco Schmidt mit 10 Punkten auf Platz 2. So, Johann Schall, jetzt ist er wieder in 2,6 m, der erste noch mal in meiner Röder abgeraucht, der zweite noch, oder noch in dritter, und die jungen sind ja in der besten Stadion, die sind ja immer wieder von der 1. Kapitel 4, und die sind ja in der 3. Kapitel 4, und die sind ja in der 1. Kapitel 4, und die sind ja in der 1. Kapitel 4, und die sind ja in der 1. Kapitel 4, nicht nur hier, sondern auch ein paar paar Läume, oder nicht auch nicht ausdeckelt. Ja! Ich bin auf dem zen appeal, weil ich ein ganz bisschen ruhiger angeh- Oh, da gibt es ein Problem bei der Supermantel, ein Plattmuth in Schönerisch und das war es auch schon, das kann doch nicht wahr sein. Alles war gut, wirklich alles war gut und das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, Johann Schall, lass uns doch mal gucken. Wann? Wann? Nur Please! Wann? Das ist ruhig! K 완� basically! Bzw. Das war's für mich, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle.